Ich mag Menschen und einfach mit Menschen zusammenarbeiten. Mit deinen Kollegen kommst so vielen Menschen nahe. Viel toller ist es halt noch mit Patienten hier, Rehabilitanten. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen, die ist immer spannend und es ist einfach großartig Menschen da abzuholen, wo sie stehen und mit ihnen zusammen zu entwickeln, wie weit wollen sie gehen, wie kann ich sie begleiten und wie kommen sie gut zurück in ihren Arbeitsalltag und auch in ihrem privaten Alltag. Mein Name ist Melanie Juncker, ich bin 39 Jahre alt und arbeite seit dem 01.08.2019 hier in der Klinik als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das Tolle hier an der Klinik ist, du kennst nach kurzer Zeit wirklich jeden Mitarbeiter. Du kennst den Namen und du kennst das Gesicht und das ist schon fast familiär und das macht halt die Arbeit auch so unwahrscheinlich einfach, weil wenn du zum Wohle des Patienten agierst, reicht oft nur ein Anruf, um Sachen zu klären oder ihnen was Gutes zu tun. Mir macht am meisten Spaß die Inhalationstechniken zu schulen. Patienten kommen oft aus der Häusigkeit mit einem Spree und sagen, Schwester, das hilft mir nicht und dann gehen wir einmal durch, wie sie es dann einnehmen. Sie gehen raus mit einem guten Gefühl und wenden ihr Medikament gut und sicher an und haben oft auch schon nach kurzer Zeit wirklich Erbesserungen und das ist halt großartig, dass du mit so einem simpelen Handgriff, mit Zuwendung, mit Zeit, die wir hier wirklich haben für die Patienten, so viel erreichen kannst. Neben der Patientenbetreuung stehen bei uns natürlich die Mitarbeiter im Fokus. Das ist unser größtes Gut, was wir haben, weil die letztendlich die Arbeit am Patienten verrichten und das Ziel umsetzen, hier die Leute wieder gesund zu machen und auch wieder in die Arbeitswelt bringen zu können. Also die Deutsche Rentenversicherung bietet mir als Arbeitnehmerin den Vorteil, dass ich einen sicheren Job habe, dass ich einen unbefristeten Job habe, dass ich flexibel in den Arbeitszeiten und in dem Stellenumfang auch wechseln kann. Jahressonderzahlung, 30 Tage Urlaub, vermögenswirksame Leistungen, also du bist wirklich gut abgesichert. Das Besondere an der Klinik ist natürlich insbesondere die Lage und zwar liegen wir hier direkt am UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer und das ist eine einmalige Landschaft. Wir haben hier Personalwohnungen auf dem Gelände, die wirklich schön sind und wir haben die Möglichkeit der Kinderbetreuung hier auf dem Gelände, solange kein Kindergartenplatz da ist. Man kann aus der Elternzeit entspannt wieder als Teilzeitmodell einsteigen. Wir haben eine Betriebssportgruppe. Bist du da Mitglied kannst du das Schwimmbad benutzen, unsere Kegelbahn, unsere Fitnessgeräte. Wer sich für den Pflegeberuf entscheidet, das ist immer Berufung. Man gibt viel selbst von sich her und kriegt aber auch sehr, sehr viel wieder. Ein Mé lip Poker Das ist immer gut. Build unserer Kapp囉?